Musik Hallo, mein Name ist Thomas Jirumin, ich bin 55 Jahre alt und ich habe tatsächlich den Weltrekord in den meisten Weihnachtsbäumen an einem Ort. Musik Ja, liebe Familie Jirumin, das Rekordinstitut für Deutschland bestätigt den neuen Weltrekord 444 geschmückte Weihnachtsbäume und das ist Ihre Urkunde. Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön! Super! Geschafft, jawohl! Musik 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 Musik